B-B-Berg von Binted Betrieb 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 Okay, dann lichten wir das Prachtstück mal ab. Gebt gut darauf Acht. Ach ja, und Hoheit? Könnt ihr vielleicht ein Päckchen für mich abliefern? Klar, warum nicht? Vielen Dank. Also, ich war so frei, die Fracht schon im Kofferraum zu verstauen. Auf dem Weg zum Galdinkai liegt ein Motel. Die Lieferung ist für den Besitzer. Ich zähle auf euch. Ah, so läuft das also. Noct, jetzt wo der Wagen frisch gewartet ist, willst du dich nicht hinters Steuer setzen und selbst ein bisschen fahren? Okay, warum nicht? Du weißt es natürlich selbst, aber fahr vorsichtig. Wir haben so viel gemeinsam, aber ich habe bestimmt keine Chance bei ihr. Prompto ist schon wieder am Tag träumen. Wenn all das vorbei ist, gehe ich sie in Hammerhead besuchen. Hammerhead ist eine tolle Werkstatt, was? Was hast du erwartet? Es ist schließlich die Hofwerkstatt. Nach dieser Reise kommen wir bestimmt nicht mehr hin, oder? Was? Wieso denn das nicht? Spricht doch eigentlich nichts dagegen. Vielleicht freut sich eine gewisse Mechanikerin ja. Ach, daher weht der Wind. Kannst du ja den Regalia ausleihen. Oh, echt? Äh, aber nee. Wie sieht das denn aus? Wenn wir zurück sind, besorge ich mir selbst den Wagen. Wasser! Na, wir werden besser. Ich mache die Bewegungen, dann ist irgendwas gut. Ja, ja, ja. Und sag vor allem. Hier, Geschenk für dich! Hier, Geschenk für dich! Weiter geht's! Sag mal, freut ihr euch auch so auf unsere nächste Panne? Dich hat's echt schwer erwischt, was? Ja, mitten ins Herzen! Ihr seid mit der Lieferung hier? Vielen Dank! Lass den Wagen einfach stehen. Ich kümmere mich drum. Oh, Umbra! Ne Lieferung? Guter Junge! Der Hund hat echt ein gutes Gespür. Ist ja auch kein gewöhnlicher Hund. Immer wieder schön, dich zu sehen. Wartet mal eben. Eine Blume! Aus solchen haben wir unsere Kronen geflochten. Ja. Ich erinnere mich. Sielblüten. Norkt? Ja? Ich habe eine Bitte an dich. Würdest du dieses Buch bei deiner Rückkehr mit nach Hause nehmen? Klar! Und dann könntest du auch was reinkleben und es wieder zurück an mich schicken. Fertig. Pass gut auf dich auf. Du sagst es mir sicher sowieso nicht, aber... Dann spar dir die Frage. Wofür ist das Buch? Waren Versuch wert. Unsere Pflicht ist getan. Wir sollten zum Galdinkai weiterfahren. Wartet mal kurz. Bei der Lieferung eben war auch etwas für Meldazio dabei. Meldazio? Du meinst die Jägerzentrale? Korrekt. Ihr Vorsitzender ist gerade vor Ort. Könntet ihr ihm die Sachen bringen? Knockt! Das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Oh! Heut schlage ich richtig zu. Bin ich erledigt? War ein ganz schöner Knochenjob. Achtung, Aufnahme! Mann, wie das... Oh, großartig! Hier ist ja echt tote Hose. Und das, obwohl es auf der anderen Seite vom Pass von Menschen nur so wimmelt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Heute schlage ich richtig zu. Willkommen im Krähennest. Was darf sein? Schmeckt alles ausgezeichnet. Ist etwas für euch dabei? Weidmannsheil! Wir zählen auf euch. Mann, wie das duftet. Wir sind jetzt in letzter Zeit auch von Raupen hier. Oh, ihr seid's. Danke für die Hilfe neulich. Ne Lieferung für dich. Ach so. Entschuldigt die Umstände. Hm. Und wieder ein paar mehr. Die Lieferung? Was war da drin? Das sind Erkennungsmarken. Schon mal welche gesehen? Jeder Jäger trägt so eine. Sind das Plaketten mit Namen drauf und so? Wenn du sie hast, dann heißt das wohl... Ja. Wir leben ständig mit dem Tod. Und wenn's uns erwischt, bleibt nur das von uns übrig. Wir sammeln die Marken und schicken sie den Hinterbliebenen. War gerade im Begriff, die Umgebung hier nach welchen abzusuchen. Traurige Sache. Hört mal. Wenn ihr zufällig welche finden solltet, dann liefert sie doch bitte bei mir ab. Okay. Wird gemacht. Nicht weit von hier soll es neulich einen Jäger erwischt haben. Fragt am besten auch mal unseren hiesigen Kontaktmann. Erkennungsmarken also. Für die Hinterbliebenen wichtig, um Abschied nehmen zu können. Sicher nicht leicht. Die Armen können uns ja mal beim Informanten umhören. Mann, wie das duftet. Willkommen! Stets zu Diensten. Seid vorsichtig. Hab vor kurzem meinen ersten MI gesehen. Echt unheimlich. . Im Dunkeln fahren ist gefährlich. Schlafen wir irgendwo. Ja, machen wir Pause. Wow, das ist richtig gut geworden. Und der Regalier ist auch schön drauf zu sehen. Gutes Foto. Gutes Foto.